Frau Ely, Sie sind mit 18 Muslimer geworden. Können Sie ein Leben ohne Sünde führen? Nein, ich denke, das ist schon richtig präzisiert worden. Ein Leben ohne Sünde ist nicht möglich und das sieht eigentlich auch keine Religion vor. Das, was Sie tragen, ist etwas, was man in unseren Breiten seltener sieht auf der Straße. Deswegen machen wir jetzt mal den Versuch zu entdecken, wer die Person unter dem Schleier ist und geben unseren Zuschauern zu diesem Beruf einen ganz kurzen Überblick über Nora Ely. Die Schweizerin Nora Ely ist 28 Jahre alt. Vor zehn Jahren konvertierte die Christin zum Islam. Seitdem geht die Tochter aus bürgerlichem Elternhaus nur noch verschleiert vor die Tür. Auch ihr Mann ist gebürtiger Schweizer und konvertierter Muslim. Sie haben vier Kinder und sagen, der Islam ist nicht nur eine Religion, er ist das ganze Leben und dazu gehört der Gesichtsschleier. Frau Ely, also ich gestehe, ich habe noch nie mit einer Frau gesprochen, die so verschleiert ist wie Sie. Ich habe sie meistens in anderen Ländern gesehen. Deswegen erlauben Sie mir ein paar wirklich banale Fragen. Also ist das Gesichtsfeld eingeschränkt von dem, was Sie sehen? Also können Sie sich frei bewegen? Ich bin jetzt rechts gucken, das geht alles gut. Ja, ich kann mich frei bewegen und ich habe dasselbe Gesichtsfeld, das auch jemand Unverschleiertes hat. Also auch links und rechts sehe ich meine Hände gut. Und das Atmen fällt auch nicht schwer, wenn man den ganzen Tag einen Stoff vor der Nase hat? Nein, weil der Stoff, der liegt nicht direkt auf. Also der steht hier bei der Nase etwas ab, also er ist nicht direkt bündig mit dem Mund. Und ich habe gerade mir gedacht, wie werden Sie das Wasser trinken oder wie gehen Sie in ein Restaurant? Das ist alles möglich. Also ich nehme das einfach unter den Gesichtsschleier. Und später in der Sendung wird man das wahrscheinlich auch mal noch sehen. Sie haben vier Kinder, kann man gut hinterherrennen, wenn man tatsächlich auch die langen Kleider anhat und wenn man so angezogen ist wie Sie. Ja, ich hatte bis jetzt noch kein Problem damit. Wie reagiert die Öffentlichkeit, wenn Sie in der Schweiz, Sie sind ja gebürtige Schweizerin, so eben auf die Straßen gehen? Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also es gibt Leute, die ganz neutral darauf reagieren, so wie ich mir das eigentlich auch erhoffe, weil es ist ein Teil. Ich bin ein Teil der Gesellschaft und möchte auch als solches akzeptiert werden. Andere Blicke sind neugierig, das kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil wie Sie gesagt haben, es ist... Begegnet einem nicht so häufig? Ja, es ist nicht sehr häufig in der Schweiz oder in Europa. Und dann gibt es aber natürlich auch die negativen Blicke, sehr intensive Blicke, also dass die Leute wirklich mir direkt ihr Gesicht vor die Nase halten oder halt auch teilweise schon fast tägliche Übergriffe. Weil Sie aggressiv werden durch Ihr Erscheinungsbild? Ja, also dass ich wirklich sehr aggressive Wortäußerungen oder wirklich auch anspucken oder ja, auf dem Zebrastreifen nicht bremsen. Nicht bremsen auf dem Zebrastreifen? Das kommt ja im Mordanschlag gleich. Ja, das ist einfach eine klare Bedrohung. Sie sind ja 28, der Vater war glaube ich ein Deutscher, ein Physiotherapeut, die Mutter eine Schweizer, Sozialpädagogin, also man würde sagen so ein gutbürgerliches Haus. Sie kommen eben nicht aus einem arabischen Land. Warum haben Sie sich für diese Art des Schleiers, das ist ja keine Burka, sondern man nennt es den Nikab, warum haben Sie sich dafür entschieden? Weil es für mich eine normative Option ist und ich die für mich als richtig empfunden habe. Eine normative Option, das müssen Sie mir erklären. Ja, es ist eine Option, also eine Möglichkeit, meinen Glauben zu leben. Sie könnten auch ohne den Gesichtsschleier, also nur mit der Kopfbedeckung, was wir hier häufiger haben. Genau, also einfach mit dem Kopftuch sozusagen. Ich sehe den Gesichtsschleier nicht als Pflicht, aber ich persönlich für mich habe entschieden, dass es für mich der bessere, einfachere Weg ist, weil es mir mehr Schutz bietet und mir auch die Gelegenheit gibt, dass man mich näher kennenlernt. Und man kann sich auch sonst dezent kleiden, aber für mich ist es so ein besserer Schutz und ich kann mehr von mir preisgeben, wenn ich das möchte. Wovor ein Schutz? Ein Schutz, dass ich mit meiner Mimik gewisse Gefühle, Signale aussende, die ich nicht aussenden möchte. Es ist auch ein Schutz davor, betrachtet zu werden, dass sich jemand sozusagen an mir ergötzt. Sicher habe ich jetzt auch Blicke, die ich auf mich ziehe, aber sie sehen ja nichts. Ja doch, Sie sehen eine Frau, die eben nicht zu sehen ist. Ich hätte jetzt gedacht, das würde noch mehr Aufmerksamkeit eben auf Sie ziehen. Ja eben, aber Sie sehen ja nichts, das bei Ihnen etwas auslösen könnte, das ich nicht auslösen möchte. Was möchten Sie denn nicht auslösen? Bei wem? Also reden wir von Männern, von Frauen, von Gläubigen, Ungläubigen oder wovon? Also ich muss ganz klar sagen, wenn ich in einer Runde bin, nur mit Frauen, dann zeige ich mein Gesicht. Also es geht um die Männer? Genau, es bezieht sich nur eigentlich auf meine männlichen Mitbürgern. Sollen wir mal rausgehen? Ja, da haben wir noch einige Zuschauer, die sich wahrscheinlich auch erfreuen würden über den Anblick. Nein, es geht mir darum, dass ich nicht ein Signal aussenden möchte, das ich nicht aussenden möchte. Also sprich, ich bin ja gerade auch in der Schweiz sozialisiert und aufgewachsen und es ist so üblich, dass wenn man jemanden sieht, dass man den anlächelt, dass man vielleicht auch eine sehr starke Mimik hat und damit vielleicht auch ein Signal sendet, dass ich eigentlich lieber eine mehr Distanz wahren möchte. Und für mich ist es, ja, und für mich persönlich ist das jetzt wirklich ein Schutz und ja, gibt mir auch die Möglichkeit, dass man mit mir eher ins Gespräch kommen muss, bevor man wirklich über mich urteilen kann, weil sonst urteilt man nur über mein Äußeres. So, aber auch natürlich. So, auch. Interessanterweise, Sie waren mal ein Punk oder jedenfalls also in der Punk-Bewegung aktiv. Das heißt, Sie könnten einen Irokesen unter diesem Schleier tragen und wir würden es alle nicht wissen. Ja gut, das wäre wahrscheinlich schon etwas auffällig. Ich weiß, das will ja auch. Aber der Verdacht, den man ja häufig hat, also wenn man vollverschleierte Frauen ist, dass sie machen das, weil der Mann das von ihnen verlangt. Und jetzt wissen wir, Ihr Mann ist auch eben ein Schweizer, ein Konvertit, also zum Islam übergetretener Mann. Ist das sein Wunsch, dass Sie das machen oder ist das Ihr Wunsch? Nein, eben wie gesagt, es ist ganz klar mein Wunsch. Ich mache das freiwillig und ich finde das auch wichtig, dass es freiwillig ist, weil es ist ganz klar eine persönliche Entscheidung zwischen mir und Gott. Und eben, es ist eine Option, es ist keine Pflicht. Und jeder muss das für sich selbst entscheiden, weil es ist eine Sache, die ich grundsätzlich eigentlich für Gott mache. Sie leben ein buchstabengetreues Leben nach dem Koran. Der Verein, dem Sie und Ihr Mann angehören, Sie sind die Frauenbeauftragte dieses Vereins, ist eher eben einer, der für eine relativ, ich will jetzt nicht radikal sagen, aber für eine buchstabengetreue Auslegung des Korans gilt. Gibt es keinen anderen Weg für Sie jetzt persönlich, als eben das so zu machen, also ein moderates islamisches Alltagsleben? Nein, also für mich, ich selbst würde sagen, ich bin, so zu bezeichnen, puritanischer Muslima. Puritanischer Muslima. Ja, also ich beziehe mich auf die normativen Quellen des Islams. Das sind die Koran, Sunna und natürlich auch gewisse islamische Korrespondenzen, die für mich den Rahmen des Islams bilden. Warum sind Sie überhaupt zum Islam übergetreten als Gründin? Das ist eine längere Geschichte. Also ich habe selbst das Christentum nie sehr stark praktiziert. Ich habe mich dann mit 16 Jahren, 15, 16 Jahren begonnen, mit Religionen auseinanderzusetzen. Und da war ja mal das Naheliegendste zuerst mit dem Christentum. Und dann stand da auch die Firmung an. Und ich wollte mich bewusst firmen lassen und nicht einfach wegen Geschenken oder Geld, sondern wenn ich diesen Schritt gehe, will ich den auch vertreten können. Und so begann ich mich intensiv mit dem Christentum auseinanderzusetzen und auch anderen Religionen wie dem Judentum, dem Buddhismus und schlussendlich natürlich auch dem Islam. Und was mir, als ich dann mit meinem Vater nach Dubai reiste und das erste Mal den Gebetshof hörte, hat mich das gleich sehr bewegt. Und was dann hinzu kam, war, als ich gesehen habe, dass der Islam nicht einfach eine Religion ist, die gelegt wird und nebenbei führt man noch ein anderes Leben, sondern es war in das Leben der Leute integriert. Es ist im Prinzip das Leben, so haben Sie es ja mal gesagt. Genau, es ist das Leben. Es ist nicht eine Nebensache im Leben, sondern es ist die Hauptsache. Genau. Und das hat Sie fasziniert daran? Das hat mich fasziniert, weil das ist genau das, was ich beim Christentum vermisst habe, dass es beiseite geschoben werden kann, wenn es nicht gerade nützlich ist, dass man es nicht immer im Alltag präsent hat. Und das ist beim Islam anders. Der Islam hat das, ja, hat das profane Leben mit dem Spirituellen, ist das in Harmonie. Es ist integriert ineinander. Also mit den fünftägigen Gebeten, dass ich immer ein Bittgebet sage bei den alltäglichen Verrichtungen, sei es Essen, sei es auf die Toilette gehen. Denn ich habe davor immer ein kurzes Bittgebet, dass ich an Gott gedenke. Und durch das, ja, sind die zwei, das profane Leben und das spirituelle, in einer Harmonie miteinander. Was dann hinzukam, war, als ich gesehen habe, dass der Islam nicht einfach eine Religion ist, die gelebt wird und nebenbei führt man noch ein anderes Leben, sondern es war in das Leben der Leute integriert. Es ist im Prinzip das Leben, so haben Sie es ja mal gesagt. Genau, es ist das Leben. Es ist nicht eine Nebensache im Leben, sondern es ist die Hauptsache. Genau. Und das hat Sie fasziniert daran? Das hat mich fasziniert, weil das ist genau das, was ich beim Christentum vermisst habe, dass es beiseite geschoben werden kann, wenn es nicht gerade nützlich ist, dass man es nicht immer im Alltag präsent hat. Und das ist beim Islam anders. Der Islam hat das, ja, hat das profane Leben, mit dem spirituellen ist das in Harmonie. Es ist integriert ineinander. Also mit den fünftägigen Gebeten, dass ich immer ein Bittgebet sage bei den alltäglichen Verrichtungen, sei es Essen, sei es auf die Toilette gehen. Denn ich habe davor immer ein kurzes Bittgebet, dass ich an Gott gedenke. Und durch das, ja, sind die zwei das profane Leben und das spirituelle in einer Harmonie miteinander. Mh-hm.